Guten Abend, liebe Zuschauer. Wir haben gerade die aktuellen Zahlen der Bundesagentur für Arbeit gehört. Jetzt möchten wir Ihnen mit unserem Arbeitsmarktreport einen zusätzlichen Überblick über den deutschen Online-Stellenmarkt geben. Die Grundlage hierfür ist unser Monster-Employment-Index, das Trendbarometer für das deutsche Stellenangebot im Internet. Hier nun die wichtigsten Ergebnisse des Index vom Januar. Unsere Daten zeigen einen leichten Rückgang am Online-Stellenmarkt zu Beginn des Jahres. Die Personalnachfrage geht im Vergleich zum Vormonat Dezember um ein Prozent zurück. Trotz des Monatsrückgangs fällt der Jahresvergleich erneut sehr positiv aus und verzeichnet einen Anstieg der Nachfrage um 37 Prozent. Der stärkste Jahreszuwachs seit 2005. Trotz der Winterpause zeigen die Januar-Ergebnisse die weiterhin positive Tendenz am Arbeitsmarkt. Das konstante Wirtschaftswachstum und die positive Geschäftsentwicklung dürfen in vielen Branchen für neue Arbeitsplätze im Jahr 2011 sorgen. Im regionalen Vergleich verzeichnet auch der hessische Online-Stellenmarkt im Januar einen kleinen Rückgang. Mit einem Minus an Online-Stellenangeboten von einem Prozent geht in Hessen das Angebot weniger stark zurück als in anderen Bundesländern. Im Jahresvergleich zeigt die Region eine generelle wirtschaftliche Erholung mit einem Zuwachs von 20 Prozent. Schauen wir uns nun die deutschen Top-Branchen an. Im Vergleich zum Vormonat konnte der Bereich IT im Januar mit 9 Prozent den stärksten Zuwachs an Online-Stellenangeboten verzeichnen. Im Freizeitsektor stieg die Zahl der online angebotenen Stellen um sechs Prozent und verdoppelte sich somit im Vergleich zum Dezember. Mit einem Zuwachs von vier Prozent ist der Bereich Kreditinstitute und Versicherungen die dritte Top-Branche im Januar. Die wachstumsstärkste Branche und damit der Top-Sektor im Jahresvergleich ist zum achten Mal in Folge Transport und Logistik. Hier steigerte sich die Personalnachfrage um ganze 114 Prozent. Auch im Bereich Produktion werden weiterhin verstärkt Mitarbeiter gesucht. Im Jahresvergleich stieg die Zahl der Online-Stellen um 72 Prozent. Der Bereich Verwaltung und Organisation liegt mit einem Jahresplus von 61 Prozent nur knapp dahinter. Zusammenfassend kann man also sagen, der positive Trend im deutschen Online-Stellenmarkt bleibt auch zu Jahresbeginn bestehen. In fast allen Sektoren ist ein Nachfragezuwachs erkennbar und die Einstellungsquote liegt höher als sonst zu dieser Jahreszeit üblich. Dieser Aufschwung lässt Arbeitssuchende gut in das neue Jahr starten. Ihnen, liebe Zuschauer, noch einen guten Abend und bis zum nächsten Monat.